Bevor das Video losgeht, erstmal Leute, im Hintergrund seht ihr eine neu erspielte Nuklear von mir. Also ich wollte nur nochmal aus dem Bescheid sagen, dass ich immer noch der absolute, überkrasse, mega heftige Boss in COD bin. Nein Spaß, aber nur damit ihr wisst, ich kann noch eine Nuklear reißen. Ja, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal, mein Name ist Kieler Nakel Kielker. Ich glaube, heute ganz herzlich willkommen heißen Sie zu meinen Leuten. I am the one! Auf meinem Kanal, was auch immer das hier sollte. Ich bin mir aktuell jetzt gerade nicht sicher, ob meine Mikrofonqualität heute ein bisschen reinzackt. Deswegen, falls hier irgendwie Störgeräusche kommen oder meine Stimme irgendwie noch behinderter ist als sonst, dann tut es mir leid, ist in diesem Video leider so, weil es ist, ähm, lasst mich kurz auf die Uhr gucken. Ja, 22.38 Uhr an einem Samstag und morgen soll das Video kommen. Saipan ist auf jeden Fall aktiv am Daseinsstüsseln. Was? Dementsprechend habe ich auch einfach gar kein Thema für heute, Leute. Und ich kann mir denken, dass trotzdem Call of Duty im Hintergrund läuft, obwohl ich gesagt habe, dass heute Battlefield kommt, weil ich zwar gar nicht viel mehr Battlefield, aber mein Battlefield Guide, was wahrscheinlich das aufwendigste Video vom Kanal sein wird, das kommt bald, Leute. Und ich möchte euch bitten, falls ihr irgendwann dieses Samplem sieht mit Battlefield Guide, klickt da einfach drauf auf, wenn ihr kein Battlefield spielt. Glaubt mir, ich versuche das so zu gestalten, dass auch ihr COD-Spieler das mögen würdet, tun könnt, weil ich da Battlefield präsentiere und dann vielleicht gibt dem Spiel ja eine Chance. Ich kann nicht reden. Aber genug zu meinen Battlefield-Videos, Leute. Ihr seht es schon im Titel, Ansage an Commander Krieger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Titel klingt ein bisschen dramatischer, als es eigentlich ist. Und dementsprechend möchte ich auch vor dem Video einfach sagen, ich feiere Commander Krieger. Ich finde zwar schon, dass er alles in die Länge zieht und bla bla bla. Ich gucke seine Videos jetzt nicht mehr so sehr, aber ich bin früher gefeiert und ich feiere seine Person und seine Sichtweise, bla bla bla. Also nimmt das ein bisschen mit Humor, ein bisschen mit Ironie, weil, ja, ich brauchte auch einen klickigen Titel und ihr wisst ja, wie YouTube läuft. Aber, Leute, nur weil er da klickgeil ist, der Titel heißt es nicht, dass er nicht wahr ist, weil es ist irgendwie schon so eine Mini-Ansage. Weil, Leute, vor ungefähr sechs Monaten hat er ein Projekt gemacht, das hieß Deine 5... Äh, was lade ich? Deine 150 Sekunden, wo jeder YouTuber 150 Sekunden Videos schicken konnte. Also ihm 150 Sekunden. Oh Gott. Wo jeder YouTuber ihm 150 Sekunden Videos schicken konnte, wo er sich vorstellt. Und er lädt halt drei von dem auf seinem Kanal hoch, Leute. Also ich, als Abogeiler-Fuchs, wie man mich kennt, hab natürlich sofort am ersten Tag ein Video da reingeschickt. Keine Ahnung, ob es das gut ist, das am ersten Tag oder schlecht. Aber ich hab auf jeden Fall immer das Beste gegeben, was ich in 150 Sekunden mit meiner, ähm, Doppeltime-Stimme erreichen konnte. Und war mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, recht sicher, dass ich da angenommen werde. Weil Commander Kriegers Abonnenten, No Hate, sind alle so eher so in der Let's-Player-Schiene und sind, was es im Schnitt angeht, nicht wirklich so begabt. Also ich find mich jetzt auch nicht begabt, aber ich dachte halt schon, ich wär ein bisschen besser. Und, ähm, ja. Dementsprechend zeig ich euch mal einen kleinen Einblick, so wie mein Video angefangen hat. So damit ihr so die Vibes ein bisschen fühlt von meiner, ja, von der Stimmung in meinem Video. Und zwar erstmal abspielen hier in 3, 2, 1, meine 150 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen YouTube-Tour erneuten. Ne, was labe ich? Zum ersten Video hier auf Commander Kriegers Kanal. Ja, Leute, die meisten von euch wissen, worum es sich bei dem Format 150 Sekunden handelt. Aber für die Leute von euch, die es nicht wissen oder gegebenenfalls nicht mitbekommen haben, hier nochmal kurz, worum es geht. Der liebe CK gibt uns kleineren YouTuber die Chance, uns mit Hilfe von, wie gesagt, 150 Sekunden vorzustellen und unseren Kanal zu repräsentieren oder zu präsentieren. Und, äh, ja, das war's eigentlich. An dieser Stelle kann man natürlich streiten, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich mein, ich hab eine ziemlich laute Stimme, Musik und alles ist richtig schnell und so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so für den Commander Krieger Channel passt. Aber wenn man mal ehrlich ist, ist von der Qualität, was Sound und Bild angeht, das Video ja eigentlich nicht so schlimm. Übrigens, ich will mich hier gar nicht beschweren, dass ich nicht rangekommen bin. Ich hab einfach nur kein Thema und deswegen, ja. So, Leute, aber ihr habt jetzt mein Video gesehen, Leute, und dann denkt ihr euch so, ja, okay, du wurdest nicht ran genommen. Dann müssen das ja echt die heftigen Leute sein, die da was hochgeladen haben. Und, ähm, ja, Leute, ich zeig euch jetzt mal einen von den drei Gewinnern. Also, der Typ, ne, das, also die Vibes, die in diesem Video sind, ne, das sind die absoluten Party-Vibes. Alter, wenn ihr das Video seht, da kriegt ihr, kommt das so richtig in Party-Stimmung, halt. Hier ein kleiner Einblick. Das ist der Chris. Er schießt total gerne auf Menschen. Hab dich. Ja, also erstmal No Hate. Ist bestimmt ein voll korrekter Typ und die Videos sind vielleicht auch unterhalten, Leute, aber diese Szene spricht er eigentlich schon für sich. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso der jetzt ran genommen wurde, was aber auch gar nicht schlimm ist. Das ist seine Meinung und ich will auch gar nicht jetzt hier irgendwie so rumheulen und das ist alles easy. Aber ich hab kein... Ich verstehe es einfach nicht. Alter, hoffentlich ist das ja auch nicht behindert von mir so ein Video zu machen. Ich, äh, ist ja egal, ich mach was ich will. Also, das war eigentlich jetzt so eine kleine Ansage an Commander Krieger. Noch mal im kurzen war die Ansage eigentlich mal formell zusammengefasst, ähm, Commander Krieger. Lass jetzt mal ein perfektes Video hoch. Ich glaube, es ist halt, wenn du das nicht holenlässt, dann hast du die Komplettation. Nimm alles auseinander. Aber kann man... Ja, Leute, das war's von einem produktiven Video heute. Ich weiß, es ist ein bisschen kurz. Immer wieder gar kein Thema. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Wenn ja, zeigt es euch einfach mal mit einem Like auf diesem Video. Würde mich mega freuen. Ansonsten hatte ich noch gar keine Schleichwerbung, Leute. Mein Handy ist gerade kaputt. Deswegen kein... Also für die ganzen Leute, die mich auf Snapchat verfolgen. Ja, da kommt nichts, wenn mein Handy kaputt ist. Aber deswegen mach ich heute einfach Schleichwerbung für Instagram, Leute. Damit ich auch noch Fame in Real Life bekomme. Alles, alle. Jedes Bild liken, damit ich auch endlich mal Anerkennung bekomme im Real Life. So, das war's mit dem Video heute. Falls ihr Bock habt auf mehr Behinderung, unten in der Videobeschreibung ist der Team Legacy-Klan-Kanal. Also ein Video von mir verlinkt. Und zwar ein Top 5 COD-Fails. Das Video hat schon 500 Likes, Leute. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ist ein mega aufwendiges Video von mir gewesen. Schaut es euch einfach an. Es sind 5 Minuten volle Behinderung wieder von mir. Das heißt, ihr habt jetzt heute eigentlich diese 5 Minuten plus nochmal 5 Minuten Behinderung. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten sehen wir uns. Peace out, motherfuckers. Und grüßt eure Mutter von mir. Oh Gott, Alter. Das kann ich nicht bringen. Ja, doch eigentlich schon.